Schönen guten Abend, hier ist der Nikolaus und ich bin hier in Lustenau. Die Jessica Staubmann hat sich nämlich bei der Isabella Karnaval vom Antenne Vorarlberg Frühstücksradio gemeldet, weil sie nämlich dringend einen Nikolaus braucht. Isabella hat mich angerufen und den Wunsch konnte ich ihr natürlich nicht abschlagen. Jetzt bin ich hier und überrasche die Familie Staubmann. Ich bin ja der liebe Nikolaus und ich bin weit gereist und jetzt bin ich froh, dass ich hier in der warmen Stube sind, in der reichen Stadt in der Türkei ein Knabe, der Nikolaus genannt wurde. Nikolaus ist dringend. Ich! Ich bin schön. Ich bin so doll. Ich bin so doll inени Pun Tahwepa Heil. Ja, ich bin so doll. Nein, ich bin so doll. Ich bin so doll. Ich bin so doll. Ich bin so doll. Ich bin da ein Which timeless. Ja.